Was für ein Vorfilmmodell? Oberer und Erbte, grüß dich. Was ist denn für ein Vorfilmmodell? Nur vier, grüß dich. Achso. Du wirst doch mein Vorfilmmodell. Hast du doch schon gesagt. Der neue Tanga Bismarck. Für die neue stabile Frau von heute, genau. Schwede, grüß dich. Ja, das Dildo-Modell-Schlachtschiff, ne? Ja, ja, Leute. Ich glaube, wir gleiten ab. In Gefilde und so, ne? Ihr wisst schon. Hat er so gesagt. Na, stimmt, Moritz. Wer glaubt, dass ich D überlebe? Limon, grüß dich. Schmiddy, grüß dich. So. Jetzt dürfen Wetten angenommen werden. Oh, Suicide Mission incoming. Ich wette, ich treffe die Insel. Shit, wo habe ich denn da gesehen, dass ich da irgendwo vorbeitalken kann an der Insel? Ich bin manchmal ein bisschen doof. Boah, jetzt aber. Die eine war nur zum Üben und so, ne? Wenn du Bescheid wißt. Boah, jetzt muss ich noch mal hinter die Insel da kommen, sonst habe ich gleich ein fucking Problem. So. 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 jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt dass es so einfach primary mission erfüllt und kommen uns jetzt an die secondary missions machen oder schiffe zerstören ich habe da hinten irgendwo eine bismarck und truppets gerochen auf der flanke da außen sagt mir mein zerstörer nase da hinten sind schlachtschufe da müssen wir hin kavallerie incoming kann keiner sagen ich hätte sie nicht gewahren der gegner erobert reich hast du nicht gesehen oder aber nicht mit mir geht sogar noch mehr lustrum grüß dich 552 oder ungefähr so das war es mit holt geholt die läuft nicht oder es meinte zu mal ganz schwer sind sie hier ja so läuft das nicht das nennt man auch schneller eingreift truppe das macht spaß aber die 55 knoten allerdings noch mit 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 top boost nur die bismarck ist dann die bismarck ist dann oder ja bruder dies dann oh bruder das tut mir leid ich habe da vorne mit weg gerochen ich rieche cv die mogadour ist echt genial finde ich teilweise nachdem sie jetzt die kleber am freitag ein bisschen genervt haben finde ich die halt noch um längen besser als die kleber vor allem weil die wird erst bei 6 viel hier aufgemacht die kleber geht bei acht kilometern schon auf hcv bruder dann versuch mal was zu entkommen hard rack incoming kann ich sagen ich hätte nicht gewarnt so kleines ekliges schiff incoming mach dir keine hoffnung ich bin gemein let's go gemein full full gemein force das ist das ist das ist das ist Der ist unter der Insel stehen geblieben, der Sack. Okay. Alter, es ist so widerlich jetzt. Der hat mich rausgepumpt. Schade. Schade Schokolade. Direkt Kreuzergeburt.